Das Talent Center der WKO Steiermark öffnet neue Chancen für junge Menschen und Unternehmen, wenn es um die Berufsorientierung geht. Das Talent Center ist ein innovatives Projekt der WKO Steiermark mit ihrem wissenschaftlichen Partner der Karl-Franzens-Universität Graz. An insgesamt 48 Teststationen werden die Neigungen, Talente und Potenziale für Ausbildung und Beruf abgefragt. Motorik und kognitive Fähigkeiten, allgemeine Fertigkeiten und berufsrelevante Kenntnisse werden im Talent Center untersucht. Persönliche Interessen und Neigungen werden bereits im Vorfeld abgefragt. Mit dem Ergebnis einem individuellen Talent Report werden die Stärken aufgezeigt und auch Berufsvorschläge aufgelistet. Der Talent Report ist unter www.talentcenter.at online abrufbar. Das Talent Center der WKO Steiermark für alle,